Ich hab auch gedacht, die gehen mir geißen. Könnte sein, dass ich dich catche, Poppy. Jetzt hat er mir auch angezeigt, ich soll in die Box fahren. Ich bin in, Poppy. Ja, mach mal. Freuen wir mal auf, ja. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du wirst. So, Cronjean als nächstes. Poffi hat's nicht gedreht. Hä, wo haben wir Dose kassiert? Ah, ne, wir haben Dose noch gar nicht. So, Poppy. Sah gut aus, wie du da ankamst. Kaffee Katze, ey. Scheiße, ey. Wofür Scheiße hat der Monaco nicht gebaut, ganz ehrlich? Ne. Neue Strecke, neues Glück, Alter. Ohne Witz. Deine Nase wenigstens kaputt. Nur rechte Seite, leicht gelb. Leicht gelb? Leicht gelb. Lächerlich. Ich habe auch gedacht, Rennen ist schon wieder vorbei. Ohne Witz. Ich fahre jetzt eh nochmal in die Box und trete jetzt mal eine Durchfahrtsstrafe an, dass ich die so früh wie gut ich hinter mir habe. und dann hole ich auf und gewinne das Rennen. Ich bin hinter Dose. Absolut. Ich bin hinter Dose. Hallo Dose. Wie geht es dir? Oder ich fahre an der Wand und ruiniere mein Auto. Jetzt habe ich einen orangenen Flügel, passend zur Autofarbe. Hm. Der RS ist noch nicht wieder aktiviert, ne? Ne, ne. Boah, mit was für Topsuite komme ich hier an? Oh, ich fahre. Der bremst automatisch runter, irgendwie. Ich könnte innen sein. Ich habe aber genug gebremst. So, diesmal fahre ich langsam genug rein, ey. Mit 30 kmh. Nicht, dass gleich die nächste kommt. Mit 30 kmh. Scheißegal. Okay. Geil. Ein... Was, was? Ich... Ohne Witz. Ich holte mich erst ran und gib mir rote Reifen. Haha. Dose bremst schon wieder zu früh. Was ist das denn? Dose keine Reifen schon gerade, ne? Ich schone keine Reifen, ich muss so früh bremst. Ach, Leute. Das kann doch mal ja ernst sein. Das kann doch ja ernst sein. Jetzt muss ich nochmal da rein. Bei Poppy läuft richtig. Ey, perfekt für Scheißspiel. Haha. Wer sagt sie mir, Durchfahrtsstrafe noch zwei Runden. Ich denke, na, dann fahr rein. Ich dachte, die PCs bremsen schlimm, ne? Aber Dose ist so... Neues Niveau auf jeden Fall. Das gibt's doch gar nicht. Deine Nase kaputt, Dose? Ein bisschen. Alles gut. Gelb oder rot? Gelb. Alles gut. Gelb nur. Fahr mal in die Box, hol dir mal neue Reifen. Nein. Das sagt er mir auch schon, aber ich brauch keine neue Reifen. Die sind erst bei 20%. Ich bin ziemlich sicher, du brauchst irgendwas Neues. Guck mal lieber nach. Sicher ist sicher. Oh mein. Ich denke gerade, müsstest du nicht vorbeikommen gleich. Ich komm jetzt schon fast vorbei. Eine Dose hält hier den Verkehr auf, ne? Das glaubt man gar nicht. Aber gut, ich hab ja gesagt, ich fahr jetzt in die Box. Déjà vu. Ich fahr jetzt in die Box, mach mal eine Durchfahrtsstrafe und danach gewinne ich das Rennen. So, das ist der Plan. Ey, der bremst ja immer irgendwann ab. DLS wurde aktiviert. DLS ist jetzt aktiviert. Puh, das war knapp. Außen! Der Dose, ne? Was machst du da? Ich hab Beschlag in meinem rechten Hinterrad gespielt, der nicht. Ach so. Du fährst weder Ideal-Linie noch fährst du irgendwie, dass man vernünftig bremst. Das ist in der Tag glaube ich kein Wunder, dass die vor uns Abstand gewinnen. Dose. Ich komm an bevor uns näher. Der ist aktiviert. Und jetzt macht er auch endlich die Durchfahrtsstrafe. Und sind zu mir direkt dran sonst. Boah. Wenn ich so besser bin. Ich weiß nicht, das sind die, die bonjour de Boutierres. Bonjour. So, jetzt bin ich nicht mehr dran schuld, wenn ich rühre. Jetzt bin ich wieder direkt an Rossberg dran. Ja, jetzt kommen die Ausreden, weißt du. Statusreport. Woher mit dir, Dose? Direkt an Rossberg dran, weißt du. Ja, ja. Ja, jetzt sind die wieder vor, aber das stimmt. Und jetzt bremst er wieder so früh. Ich weiß es schon und gehe deswegen diesmal extra früh auf die Bremse. Bist du? Ich könnte in sein. Wo bist du überhaupt? Sehe ich nicht. In. So. Aufholen. Vergegen gerade sind die. Alter. Noch 17 Runden. Genug Zeit zum Aufholen. Er kommt mega ran. Was ist denn los bei dir, Dose? Ach, DAS. Oh nein. Oh, jetzt habe ich den wieder vor mir. Das ist echt nervig. Guck. Komm, mit Wickelschatten DAS fahre ich ja auch 364 auf Erladen. Ja, plötzlich. Nur in den Kurven scheinbar. Gar nicht. Jetzt dreht er mich. Was machst du? 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 Ich bin mir keiner schuld bewusst. Ja. Willst du dann in meinem Video sehen. Ich habe jetzt nicht über 10 Sekunden aufgeholt. Auf wen? Auf dem vor mir. Er hat doch eben gesagt 46 Sekunden. Und beim nächsten Mal hat er gesagt 33 Sekunden. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es wird dem neuen versuchen? Änderungen bestätigen. Okay, geht ab. Dann bin ich mir ein bisschen stozelos, oder? Wenn ich dein größtes Problem war, würde ich mir Sorge machen. Du bist echt mein größtes Problem. Zweimal muss ich mir wegen dir eine neue Nase holen. Zwei fucking Mal. Der ist aber auch ganz komisch. Ich bremse halt einfach ganz normal. Und du bremst halt wie die Bots. Oder noch schlimmer besser gesagt. Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Action hier. Da habe ich zumindest mal ein Ziel. Okay. Das läuft mit Masse. Er zieht innen vorbei, wenn ich in die Box will. Das ist richtig klug. Na, ich bin extra mega in die Eisen gegangen, damit er vorbeikommt. Aber damit alles gut geht. Aber ja. Popi fährt super soft. Ich denke, du fährst durch. Ja, ich wollte ja mal eine Boxenstrafe antreten, und da haben die mich aber erst einmal zum Reifenwechsel geholt. Und super soft aufgezogen. Ja. Ja. Das heißt, ich bin eine Runde soft gefahren. Gebt jetzt Gas. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Ja. Ja. Aber schnell zur Runde, Pferde. Ja. Ja. Du solltest vielleicht mal reinfahren. Vielleicht kriegst du da bessere Bremsen oder so. Ich weiß es nicht. Womit man auch später bremsen kann. Ja. Ich sehe ein Auto auf dem Radar. Ja. Das bin ich. Du weißt, bei wem ich dich bedanken kann. Ja. Dafür habe ich ihn ja. Ja. Ich sehe auch schon wieder ein Auto auf dem Radar. Ja. Und du wirst wahrscheinlich auch gut an mich reinkommen, weil ich habe nur ein Medium. Gut. Peresses Erste. Na gut. Du willst nämlich jetzt durchfahren, also solange ich mich nicht vor der Nase aufhöre. Ich will durchfahren. Ja. Solange ich keine neue Nase brauche, fahre ich durch. Falls ich überhaupt noch Nasen in der Garage stehen habe. Ein Boxenfenster ist dabei, sich zu schließen. Ach was. Wie viel Prozent haben deine Reifen? 55. Vielleicht solltest du mal reinfahren. Wird noch Zeit. Wie fährt der eine schnellste nach der anderen? Muss er wieder rankommen. Ja, mich kommt so easy ran. Mit deinen Supersoft. Aktuelle Weiberhelden. Ja, da kriegt er eine Alternative angeboten. Brauche ich nicht. Ja, ich glaube du brauchst nochmal. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung greif haben. Aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ja, das muss noch nicht sein. Was ist denn Chaos, meine Freunde? Oh, Dose fährt in die Box? Oh, dann hängt der wieder vor mir bestimmt. Ja, du müsstest inzwischen so viel Zeit aufgeholt haben, dass das nicht mehr so ist. Ich hoffe. Ich hoffe inständig Oh, da bin ich beim Anbremsen in die Linkskurve kurz vor Stazil rechts an die Wand gekommen und dadurch hat er mich nochmal richtig verkackt Oh, was geht hier los? Was passiert? Links gegen die Wand Jetzt musst du wenigstens keine Angst vor mir haben Die Poppy Wand Das ist im Übrigen die Stelle, an der ich vorhin auch verreckt bin Dose war in der Box Kommt Poppy ran oder nicht? Poppy ist direkt daneben Ich wäre also vorbei gewesen Schade Poppy ist direkt hinter dir Und Poppy, jetzt guck mal, wie Dose bremst Und sag mal was dazu Moment, hier hat er gerade aus weiter Dazu sollte man glaube ich gar nichts sagen Also er bremst zu spät Ja da hat er gerade extra spät gebremst Da stand er unter Beobachtungsdruck Und so bremst er die ganze Zeit Ich kann nicht später bremsen Siehst du, was passiert in die später bremsen? Warum? Was ist da los? Was hast du aus alles? Was hab ich? Ja, was hast du alles aus? Irgendwie Keine... Oder was hast du an? Was man nicht anhaben sollte? Als Hilfe Keine Ahnung Ja, davon habe ich alles aus Nutritionskontrolle Ja, wahrscheinlich liegt es daran Alter, qualmt die Karre Boah Mein Teamkolleg ist in der Boxengasse Da hat es mich längst gegen die Wandkörmendose Was sieht, wenn man da voll Das ist durchfällt, wenn man die Kurve vorher nicht richtig erwischt hat Weil ich kriege schon wieder kein Doktor Was mit der ist Mach da auf Mach da der ist auf und wieder zu Läuft Läuft bei dir Aber du hast da nochmal DRS 0.9 seconds zum Teamkollegen Na gut Ja, jetzt auf Englisch DRS ist offen Das reicht nicht Wenn du wieder so früh bremst und er gut vorbeizieht Er ist auf jeden Fall neben dir Und dann fährt Dose gegen die Wand Ja, aber verteidigt seinen Platz eiskalt Er macht keinen Platz für Poppy Er verteidigt den letzten Platz Wie geil ist er denn? Er will nicht letzter sein Eigentlich könnte ich ihn vorbeilassen Wenn ich davon ausgehen kann, dass er noch in die Box muss Er hat keinen Platz für Poppik Er ist geil Du kannst aber auch davon ausgehen, wenn du ihn vorbeilässt Dann wird er auf jeden Fall Lockerflockig die 20 Sekunden raus haben für die Box Innerhalb von zwei Runden Vermutlich, ne? Eieiei Du fährst mit Controller, ne? Dose? Jo Der rechte Stick ist für die Kamera Da kannst du zurückgucken Nach rechts, nach links Der rechte Stick ist fürs Gas geben bei mir Hä? Was hast du denn wieder eingestellt? Rechte Stick vorne Gas geben Rechte Stick hinten bremsen Linker Stick links nach links lenken Linker Stick rechts nach rechts lenken Gas gibt man mit R2 Habe ich ja noch nie gehört Rechte Stick ist fürs Gas geben Alter Ja Auf der rammt ihn noch Und jetzt will er noch innen vorbei Das wird nichts Dose Mein Teamkollege Hier steht einer und wartet auf mich Dass ich wiederkomme, wa? Nächste Runde wieder Was machst du mit deinem DRS-Kopi? Auf an? Am Ende Auf an, auf an, auf an Auf an, ja Auf zu, auf zu, auf zu Das hat er von selbst gemacht Ja, ja So Ich denke mir so Hä? Aber Danke Dose Für die schöne Einlage Ich bin jetzt wieder am Feld Wo ist denn das Feld? Irgend am Kloster Da, wo ich gerade an der Mantel fahren bin Scheiße Ach, Tone behalten Ei, ei, ei Also Dose Aufgabe für nächste Woche Hilfen anmachen Ich bin ja gewohnt Was für Hilfen soll ich bitte anmachen, Säule? Keine Ahnung Irgendwer Weiß ja nicht, welche Hilfen du anhaust Microsoft Helpdesk Musst du anmachen Da ruft er da an Ich sollte nichts anmachen, Alter Irgendwas, wo du später bremsen kannst War halt nicht hinter mir Ja, das ist das Problem Ich hab mir das nicht ausgesagt Boah Ey Wär ich jetzt eben nicht vom Gas gegangen Wär ich auch in die Wand geknallt, ey Ich will der letzte Der damit ein Problem hat Mann, da kommt er ganz schön weit raus, der Poggle Ja, ich soll an der Box Meine Hinterreifen sind 50% Dann solltest du vielleicht mal drüber nachdenken Nö Zwei Runde Keine Option Fernando Alonso ist grad erster Hab ich auch noch nie erlebt Sergio Perez zweiter Ist zweimal Wildmeister geworden Also ich hab schon erlebt, würde ich gerade sagen Ist aber schon ein paar Tage her Nicht mit dem Auto Gut, das ist ein Argument Das ist was anderes Okay, das ist ein Argument Da hatte das Auto noch eine andere Von der Bot vor dir hat auf jeden Fall gelb Ich weiß nicht, wann er die bekommen hat Das ist Guti Rez, den gucke ich gerade zu Ob ich dich im Rückspiegel irgendwann mal sehe Und davor ist Masa auch mit geäbt